Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt ein Food Haul, ich habe heute einen gekauft und ich muss es heute filmen für euch. Aber es geht mir total scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann. Ich fühle mich richtig scheiße. Und deswegen habe ich auch keine Lust, jetzt hier 20 Minuten mich vor die Kamera zu stellen und einfach scheiße auszusehen. Sondern ich werde tatsächlich die Kamera wieder draufhalten. Ich weiß, einige von euch mögen das nicht so gerne, aber ich habe gedacht, besser so, als wenn ihr kein Food Haul bekommt. Ich versuche nicht so, Leute zu zittern, ich gebe mir echt Müll. Naja, ich will meinen Aldi einkaufen, habe glaube ich so in die 60 Euro ausgegeben. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich ergattert habe. So, wir haben hier diese Salami Baguettes, sechs Stück, TK, die wird es auch heute geben, weil ich gar keine Lust habe, was zu kochen. Ich schmecke auch nichts, das nervt mich richtig. Also werde ich die vielleicht nicht essen, sondern was richtig langweiliges essen. Aber Mirko kriegt davon welche. Dann habe ich hier so ein Brot gekauft, Nahenbrot. Es sind gerade irgendwie asiatische Wochen und ich wusste nicht, dass Nahenbrot zu etwas Asiatischem gehört, ehrlich gesagt. Ich habe das irgendwie einer anderen Esskultur zugeordnet, aber gut. Auf jeden Fall sind die Tandoori Masala Style. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Es sieht irgendwie lecker aus, deswegen klappen die mit. So, und dann haben wir hier einmal Rosenbrötchen, eine Tüte, weil morgen ja auch ein Feiertag ist und ich gedacht habe, ach, ich besorge mal. Also, ich filme heute am Mittwoch für euch, weil ich gedacht habe, ich besorge mal ein paar Brötchen. Falls Mirko keine Lust hat, morgen loszudüsen, dann haben wir schon mal Brötchen da. Dann habe ich einmal Vital- und Vitaminbrot mitgenommen. Mirko muss Freitag arbeiten, da kann er dann was mitnehmen. Und ich arbeite im Homeoffice. Dann habe ich auch was und mal gucken, ob das Brot nächste Woche noch schön ist oder ob wir das dann am Wochenende aufessen. Dann habe ich einmal Weintrauben mitgenommen, im Dunkeln. Die sahen irgendwie ganz gut aus, finde ich. Und relativ groß. Genau. Dann einen Salatkopf, der ist aber hauptsächlich fürs Kaninchen. Dann durften zweimal Äpfel mit. Und zwar einmal hier diese Gala-Äpfel, da sind sechs Stück drin. Die sind ein bisschen kleiner. Und dann hier einmal diese, wovon das hier einfach ein Riese ist. Der passt kaum in die Verpackung rein. Das sind Kiku. Was steht denn da alles drauf? Ich kann jetzt gar nicht lesen, was das sein soll für ein Apfel. Auf jeden Fall sah das ganz lecker aus. Habe ich zwei verschiedene mitgenommen. Dann gab es eine Packung Heidelbeeren. Mein Sohn liebt Heidelbeeren, deswegen durfte ich mit. Dann habe ich zwei Gurken mitgenommen. Die sehen ganz gut aus, finde ich. Nicht zu schmal, nicht zu wabbelig. Sondern richtig gut. Und waren auch, glaube ich, nicht teuer. Im Vergleich zu manchmal. Dann habe ich dreimal Kiwi mitgenommen. Weil Mausi jetzt am Wochenende halt auch da ist. Und Mausi mag auch ganz gerne mal Kiwi. Deswegen habe ich gedacht, gibt es dieses Wochenende mal Kiwi mit Apfelobstteller. Dann kommen wir auch schon zur Fleischabteilung. Ich habe einmal Hähnchen-Minuten-Schnitzel mitgenommen. Die paniere ich immer total gerne einfach wie Schnitzel. Nur, dass sie halt kleiner sind und schneller durch sind. Genau. Und die werde ich aber erstmal einfrieren. Genauso wie diese Putenschnitzel. Ich kaufe immer sehr gerne Putenschnitzel. Und die friere ich aber auch erstmal ein. Genau. Ich hoffe, dass die Lichtqualität für euch gut ist. Wartet mal. Ich mache mir das andere Licht an. Dann könnt ihr mal sehen, wie es da unten aussieht. Wie scheiße sieht es zu mir aus. Hier ist noch ein DM-Einkauf. Hier ist ein Stapelkunstwerk. Cool. Guck mal, mit Licht sieht es gleich viel besser aus, ne? Genau. Dann habe ich zweimal Bacon mitgenommen. Und zwar wieder diesen, da steht ja immer Tulip drauf. Das finde ich ganz gut. Weil ich den Tulip-Bacon eigentlich immer nie kaufe, weil er nicht zu teuer ist. Außer erst im Angebot. Aber das hier scheint über ein Band zu laufen. Deswegen, ja. Freut die Gang sich. Und langes Wochenende. Deswegen wieder zwei Packungen Bacon. Dann, wo machen wir hier weiter? Wir haben einmal hier Croissants. Das sind diese, die man sich selber zusammenrollt. Und wir lieben die. Also, ich nicht. Ich bin nicht so ein Fan davon. Aber der Rest meiner kompletten Gang. Alle lieben Croissants. Und deswegen habe ich gedacht, gibt es die mal wieder. Wir haben die nämlich schon ewig nicht mehr gehabt. Und sonst haben wir die ständig und immer. Jedes Wochenende gehabt. Jetzt ewig nicht. Deswegen, gibt es die mal wieder. Dann gibt es eine Packung Eier. Und, tadadada, das sind M-Eier. Am letzten Mal hatte ich mich ja so aufgeregt, dass es nur S-Eier gibt. Aber jetzt gibt es wieder M-Eier. Genau. Dann, wie immer, eine Packung Butter. Wir haben noch Butter. Aber, wie gesagt, langes Wochenende. Die ist das. Immer besser. Lieber zu viel Butter als zu wenig. Ihr kennt mich. Ich bin das Butter Girl. Dann hatte ich mir neulich diese Wurst gekauft. Hähnchenbrustfilet mit Paprika. Und ich habe gedacht, das wird ein Flop. Aber es war so lecker. Ich habe mich so darüber gefreut. Es war so gut. Und, äh, ja. Deswegen habe ich die jetzt nochmal gekauft. Ich hatte mir so diese günstigen Aufbackbrötchen aufgebacken. Und mit Butter geschmiert. Und dann da zwei Scheiben von drauf. Richtig, richtig lecker. Also, ja. Gute Empfehlung. Ähm. Dann habe ich auch dieses Salami nochmal mitgenommen. Die hatte ich jetzt auch gekauft. Also, die haben wir jetzt auch gerade in Benutzung. Und die finde ich irgendwie auch ganz lecker. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme die fürs Wochenende auch nochmal mit. Und, äh, ja. Man muss ja auch ab und zu zumindest mal ein bisschen eine andere Salami haben. Auch wenn es gefühlt die gleiche ist wie immer. Also, auch in der Edelsalami. Aber, ja. Genau. Dann gibt es Matt. Was habe ich denn da überhaupt zu eins mitgenommen? Vesper Matt Wurst. Fett reduziert. Ah, ja. Okay. Alles klar. War mir jetzt egal. Ich wollte nur nicht die mit irgendwelchen komischen Spezialkräutern oder so haben. Habe ich auf jeden Fall auch das Wochenende mitgenommen. Dann war Rougette im Angebot. Äh, für 3,99 Euro meine ich. Deswegen wollte ich da einmal zuschlagen. Der sieht schon so lecker aus. Aber ich schmecke ja nichts. Also, wird das noch dauern, bis wir den essen. Genau. Da, ähm, ich weiß ja nicht, wie ihr das immer macht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so reinpackt. Aber ich mache das so, dass ich immer, ähm, ein Baguette kaufe. Und dann so Stücke schneide und dann da rein dippe. Oder, wenn man irgendeinen Brotrest hat oder Brötchenrest oder keine Ahnung, irgendwas. Man kann sich auch was aufbacken. Im schlimmsten Fall geht auch Toast, aber das finde ich irgendwie schwierig. Das würde ich, glaube ich, toasten vorher, weil das so zu wabbelig ist. Und Paprika. Paprika ist auch sehr lecker immer. Ich glaube, Karotte und Gurke und sowas geht auch. Aber ich persönlich mag Paprika mal gerne. Genau. Dann habe ich noch ein bisschen Süßkram gekauft. Und zwar einmal diese Milchjumboriegel in der Klassik-Variante. Also die ganz normalen. Und dann habe ich mal wieder, äh, ewig nicht mehr gehabt, diese, ähm, französischen Schokobrötchen. Wo hier an der Seite diese Schokostäbchen sind. Richtig gut. Wie gesagt, schon ewig nicht mehr gehabt. Gefühlt seit der Schule nicht mehr. Nein, wir haben in diesem Haus schon gewohnt, aber, ja. Das ist sehr lange her und ich habe gedacht, die dürfen mal wieder mit. Und als letzte Süßigkeit habe ich noch wieder hier diese Rollino-Dinger geholt. Äh, wir haben die vom Edeka ja neulich gehabt, weil Mirko die, äh, gekauft hat. Und ich muss euch aber sagen, dass mir diese hier leckerer schmecken. Es gibt ja noch original Milka Tender. Und ich würde sagen, Milka Tender landet sogar auf Platz 3, Edeka auf 2 und diese hier auf 1. Die finde ich einfach am leckersten. Tatsächlich, also, ja. Naja, dann gibt es hier einmal Dürüm. Wie viele sind denn da drin? Äh, 6 Stück. Steht hier ganz unauffällig. Genau, äh, damit, die habe ich von der Weile schon mal und habe damit Wraps gemacht. Und es war so viel leckerer, als wenn ich, ähm, den normalen Wrap-Teig nehme. Ich mochte das viel lieber irgendwie. Deswegen habe ich die jetzt mal wieder mitgenommen. Genau. Dann haben wir hier einmal Öl. Da habe ich einmal Rapsöl mitgenommen, weil ich wirklich kein Öl mehr hatte. Dann durfte noch 2 mal Milch mit, 1,5, Fett reduziert. Also hier diese, ne, ganz normale 1,5 war Milch. Dann haben wir eine Dose Erbsen und Möhren. Eine Dose Bohnen. Und als allerletztes haben wir hier noch so ein Juiced Monster. Ossi Lemonade Style irgendwas. War auch reduziert. Ich wusste nicht mehr genau, ob ich den schon kenne oder nicht. Deswegen habe ich den mitgenommen. Zum Grund kann Mosse den austrinken. Genau. Das ist mein Einkauf. Ich weiß, das ist ein sehr kurzes Video geworden. Es tut mir auch leid. Aber wie ihr vielleicht hört, ist meine Stimme nicht so geil. Und ich habe nicht so viel Lust, jetzt hier irgendwie Heckmack zu machen. Ja. Nochmal kurz mein Gesicht. Wie gesagt, mein Gesicht ist nicht so geil. Und deswegen, ja, beenden wir das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, dass ihr euch trotzdem gefreut habt, dass ihr so einen kleinen Überblick hattet. Und ja, wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund. Und bis ganz bald. Tschüss.